Hello meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Willkommen zum Neuigkeiten-Donnerstag. Ja, gerade noch den Sale überstanden. Donnerwetter, da ging es ja schon wieder heiß her. Ja, und was ist denn jetzt schon wieder? Echt jetzt? Ja, da ging es jetzt schon wieder heiß her. Aber ganz ehrlich, bei diesen Preisen, nee, da darfst du nicht überlegen. Da darfst du nicht erst rumscrollen, was es gibt. Da musst du rein Gehirn am besten ausschalten, komplett ausschalten. Also ganz ehrlich, nachdem ich die Preise von den Disney-Bars gesehen habe für 4 Euro, oder hat mein Hirn automatisch ausgescheiden. Also, da brauchen wir nicht sprechen. Und ich habe ein Katzenhaar hier in meinem Kaffee. Könnte auch von mir sein, aber naja, man weiß es nicht. Ja, also Hirn aus, die Sachen in den Warenkorb reinschweißen, zum Bezahlen gehen und ja, beten, dass man nicht von irgendjemandem gelünscht wird, weil man gerade beim Sale wieder zugeschlagen hat. Das Problem hatte ich zum Glück nicht. Aber, ja, ist einfach so. Also, wie schon gesagt, Mandalorian für 4 Euro. Totally Mini für 4 Euro. Der Oh Boy, der Mickey Mouse & Friends für 4 Euro. Leute! Mini-Duftlampen für 7 Euro. Die Classic Curve in Grau für 15 Euro. Worauf reden wir hier eigentlich? Also, das war wirklich ein Mega-Sale. Echt, wirklich ein Mega-Mega-Mega-Sale. Ich habe in der zweiten Runde bei den Disney-Bars noch mal zugeschlagen. Muss ich ehrlich sagen. Ja, weil, wie schon gesagt, das wäre strefflich, wenn man die alle nicht nimmt. Also, auch gerade für die, auch diese Cent-Circles, die drei Stück für, ich glaube, 3 Euro und noch ein wenig was. Ja, hat mich heute echt kurzzeitig mal wieder schon erwartet. Aber nur ganz kurz. Also, wie schon gesagt, es ging ja relativ schnell. Was hat denn heute wieder hier dieser Laptop? Soll ich dich auch austauschen? Ich habe den Drucker schon ausgetauscht. Ich tausche auch dich aus. Habe ich kein Problem damit. So. Jetzt sind wir mal gespannt, ob der Drucker auch schön druckt. So. Moment, jetzt muss ich das hier... Ah, jetzt geht das hier wieder auf. Nervt mich jetzt nicht. Oh. So, drucken. Gucken, dass wir den richtigen Drucker hin drin haben. Ne, den HP will ich nicht. Genau, ich will den. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, ich bin echt happy. Oh, es tut sich was. Also, ich muss tatsächlich sagen, er ist schneller. Er ist schneller wie mein anderer. Muss ich neidvoll anerkennen. So. Und dann machen wir hier jetzt gleich mal das volle Programm. In bunt. Schauen wir mal, ob der Tank gleich leer ist. Drucken. Ich möchte das im Hochformat und Seite ausfüllen. Nö, an Größe anpassen. So, und jetzt drucken. Er druckt. Ja, also mein Kaffee ist mittlerweile auch kalt. Ist ja hier in meiner Eishöhle auch überhaupt kein Ding, ne? Oh ja, schau mal los. Das schaut gut aus. Es kommt was Neues und Altes und Wiederkehrendes. Und zwar am Montag, der 25. November um 20 Uhr mit Warteschleife. Also, ich hoffe, diesmal ist wirklich die Warteschleife. Also, beim letzten Mal gab es ja ein bisschen Theater, weil es geheißen hat, erst Warteschleife und dann war doch keine Warteschleife. Ganz einfach, solltet ihr um 20 Uhr noch in keiner Warteschleife sein, also ihr könnt ja da die Seite aktualisieren. Solltet ihr um 20 Uhr noch in keiner Warteschleife sein, dann ist keine. Also, das habe ich jetzt beim letzten Mal festgestellt. Aber ich bin dann tatsächlich von selber auf die Idee gekommen, ja, ich könnte ja doch mal gucken. Aber es kommt für alle Harry Potter Fans, mich eingeschlossen. Es kommt der sprechende Hut und die vier Bars kommen wieder. Und wenn ich sage, der sprechende Hut, dann meine ich das auch so. Der spricht tatsächlich, also der Hocker, der ist dabei, also da steht er drauf. Und er spricht in der Originalstimme aus den Originalfilmen, also in Englisch. Ich lese euch das jetzt dann alles gleich mal vor. Also, der gibt das Haus bekannt, also das ist ein Extraknopf. Also, wenn man die Lampe anschaltet, dann ist die Lampe an. Und man kann dann einen Extraknopf noch drücken, wo der in ein Haus zuweist. Und dann, bei der Bekanntgabe des Hauses, leuchtet darunter ein LED-Licht in der passenden Farbe, bevor es wieder weiß wird. Also, es leuchtet weiß immer. Und ich sage euch jetzt mal, was er sagt. Ah, yes, I already mind. Und wir reden da drüber. Also, Gryffindor, Bravery and Determination. Wagen sie ein Rennen durch duftende Wälder, während Amber und ein Hauch von elegantem Zimtblatt ihnen auf der Reise Wärme spenden. Slytherin, Conning and Ammitation. Waldhölzer verbergen dunkel Geheimnisse in frischem Eichenmoos und einer ominösen Schicht dunkler Brummenbeeren. Was ist denn hier schon wieder mit meinem Handy? Hufflepuff, Just and Loyal. Die große Halle lockt mit süßen und beständigen Noten von goldenem Apfel, cremig gerührter Vanillemandel und Zimtzucker. Ravenclaw, Wood and Wisdom. Eine raffinierte Mischung aus Wildleder und Sandelholz trifft auf ein feines Band aus sanfter Vanille. Also, jetzt wisst ihr das schon mal. Der sprechende Hut wird kosten 120 Euro. Die Bars, wie gehabt, pro Bar 10 Euro. Und ihr könnt die euch dann natürlich wieder in den Club schmeißen. Je nachdem, welcher euch denn am besten gefällt. Also, ich fand, glaube ich, damals den roten, den Gryffindor. Den fand ich am besten. Den hatte ich auch immer im Keller drin. Und der hat richtig geil gerochen. Und von dem hat es ja immer geheißen, der riecht so nach gebratenem Speck oder so. Kann ich überhaupt nicht sagen. Also, ja, also ich finde, der hat eine richtig schöne, der hat eine richtig schöne, edle, feine Note durch das Amber. Und, ähm, ja, es... Ah, ja. Und der Hut heißt Sorting Hat. Welche Überraschung. Ähm, ja. Ich finde es richtig geil. Ich werde mir den natürlich holen. Und, ähm, weil ich habe ja schon die zwei, äh, Harry Potter Schlösser da. Und, ja. Deswegen brauche ich natürlich auch den sprechenden Hut. Ich bin schon am überlegen. Ich bin jetzt schon am überlegen. Ich habe ihn ja noch nicht mal. Ich habe ihn also noch nicht mal ansatzweise gekauft. Ähm, und ich bin jetzt schon am überlegen, wo ich den hinstelle. Das sind so, das sind so immer die Probleme einer Sensi-Beraterin. Ähm, ja. Hm. Ja. Aber, das werde ich dann, glaube ich, spontan entscheiden. Ich müsste hier eigentlich immer noch aufräumen, ne. Ich, ich komme zu gar nichts. Ich komme echt zu gar nichts. Äh. Ich muss jetzt meine... Morgen muss ich noch Briefumschläge kaufen. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe keine Briefumschläge mehr. Und, ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Also, meine Lieben. Das war's. Hier nochmal zum Veranschaulichen. Der sprechende Hut. Und die vier Bars dazu. Na. Mega. Mega. Feier ich. Feier ich. Feier ich. Könnt ihr mir glauben. Ähm, ja. Jetzt bin ich dann gespannt, wann meine, meine Sale... Sale. Ich wollte schon wieder Flash Sale sagen. Aber es war ja schon fast einer, ne. Ähm. Jetzt muss ich gucken, dass, ähm, wann der auftaucht. Oh Gott, ich hoffe, der kommt auch bald. Und... Dann natürlich der Hut. Ah. Mein Gott, Leute. Kauft euch diesen Hut. Der ist bestimmt... Ich schicke euch dann... Äh, äh... Ich schmeiß dann auch mal hier noch mehr Bilder rein. Dann seht ihr das auch mit den unterschiedlichen Farben, die ihr habt. Und auch noch ein Video. Da müsst ihr den Ton anmachen, weil dann hört ihr, was er sagt. Also, wenn ihr das Video seht, es müsste entweder... Ich glaube, das taucht dann unter Shorts auf. Ähm, Ton an. Also, mega. Ich feier diesen Hut. Ich weiß ja schon seit Juli, dass es ihn gibt, äh, dass er kommt. Und ich... Ach Gott, ich hab... Ich hab so... Ich hab so hingefiebert. Ich hab eigentlich schon gehofft, dass der im September kommt. Aber, ja gut. Ähm... Jetzt kommt halt der Montag. Also, am Montag, am der 25. Ab 20 Uhr mit Warteschleife. Sollte die um 20 Uhr noch nicht in einer Warteschleife sein. Geht einfach auf Kollektionen und dann auf Harry Potter. Und dann hoffen wir mal, dass der Hut da zu finden ist. Ah. So. Und jetzt, zur späten Stunde, kann ich nur noch sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Däumchen da. Oder ein Abo oder beides. Ich freu mich immer riesig. Und wenn du noch keine Duftschnecke hast auf der Suche nach einer, bis du eine neue brauchst. Oder, oder, oder. Dann schau in der Duftbeschreibung... Siehste? Jetzt sag ich's schon wieder. Dann schau in der Beschreibung... Das ist ja schon fast so wie mit dem... Ähm... Mit der Duftbeschreibung... Ja. Mit der Duftbeschreibung von Sven. Da hab ich mich ja auch grundsätzlich... Weil ich einen... Einen Buchstaben hatte ich falsch geschrieben. Und da hab ich dann immer total... Den Sprachfehler dann gehabt. Ähm... Ja. Und da ist das jetzt genauso. Ähm... Schau in der Beschreibung nach. Da steht meine Handynummer. Und dann darfst du die natürlich sehr gerne bei mir melden. Und wenn du mein Teamfreund werden willst, darfst du dich auch gerne bei mir melden. Oder du gehst gleich auf meine Homepage. Und drückst auf Starten. In diesem Sinne, einen schönen Donnerstagabend. Und nicht vergessen, morgen kein Freaky Friday, aber am Samstag Crazy Saturday. Also meine Lieben, wir sehen uns. Macht's gut.